Ich habe dir doch gesagt, dass ich keine Hexe mehr sein will. Aber, Mami, ich... Ich habe mich entschieden. Es gibt dazu nichts mehr zu sagen. Aber... du sollst wieder eine Hexe sein, Mami. Bitte. Ach, Bibi, Schatz, versteh doch. Ich will das gar nicht verstehen. Und ich bin nicht mehr dein Schatz. Bibi, warte! 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 Ene, Mene, Mai, flieg los, Kartoffelbrei. Hex, Hex! Bibi, komm zurück! Ach, Kind. Jetzt bin ich die einzige Hexe zu Hause. Ich kann hexen, was ich will. Und nur ich kann es wieder zurückhexen. Ich kann den größten Blödsinn hexen. Jawohl! Ene, Mene, Dinkelbrot, alle Autos werden rot. Hex, Hex! Blöde Sonnenschirme. Ene, Mene, Meckerziegen. Sonnenschirme fliegen. Hex, Hex! Blöde Eisenbahn. Ene, Mene, Himbeerspeise. Gleise biegen sich zum Kreis. Hex, Hex! Das reicht. Los, Kartoffelbrei, nach Hause. Da hexe ich noch was Verbotenes aus Mami's Hexbuch. Egal, was sie denkt. Und T-T-T! In T-T! Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.